Ein ganz normales Mädchen in einer ganz und gar nicht normalen Welt. Eben war ich noch in meiner Welt und auf einmal bin ich hier. Verrückte Abenteuer. Neue Freunde. High Five. Deine Hand fühlt sich wie Schnupfen an. Und jede Menge verrückter Frösche. Amphibia. Heute 16 Uhr im Disney Channel.